John Morley, erster Viscount Morley of Blackburn, OMPC, war ein britischer Staatsmann, Biograf, Literaturkritiker und Publizist. Leben John Morley wurde am Cheltenham College erzogen, studierte an der Universität Oxford und war seit 1873 als Rechtsanwalt tätig, bis er sich nach wenigen Jahren mit ungeteilter Kraft dem politischen Journalismus zuwandte. Schon als 2-2-Jähriger hatte er nebenher die Herausgeberschaft der Literary Gazette übernommen. Von 1867 bis 1882 gab er als Nachfolger von George Henry Louis den Fort Nightly Review heraus, von 1880 bis 1883 die Palmeil Gazette, bei der er mit Mathieu Arnold zusammenarbeitete und von 1883 bis 1885 die K-Sekunden mit Milns Magazine »Politische Karriere«. 1883 wurde Morley als liberaler Abgeordneter für Newcastle Pontine ins Unterhaus gewählt. Von 1896 bis 1908 vertrat er den Wahlkreis Montrose-Börres. Morley stieg binnen Kurzem in den Führungskreis der liberalen Fraktion auf. Im Februar 1886 wurde er von Gladstone ins Kabinett berufen und zum Chief Secretary for Ireland ernannt. Seine erste Amtszeit in dieser Schlüsselposition endete jedoch schon ein halbes Jahr später infolge der Wahlniederlage der Liberalen bei den Unterhauswahlen 1886. Chief Secretary for Ireland Als die Liberalen mit den Wahlen von 1892 wieder an die Regierung kamen, wurde Morley erneut mit dem Amt des Chief Secretary for Ireland betraut. Als Gladstones Vertrauensmann in Dublin-Kassel vertrat er dessen Politik einer gemäßigten Home Rule d. h. einer Autonomie für Irland innerhalb des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Irland. Im Gegenzug war Morley in Verhandlungen mit Charles Stuarts Parnell bemüht, die Unterstützung der irischen Abgeordneten für die liberale Regierung im britischen Parlament zu sichern. Das Ansehen, dass er sich unter vielen Ehren erwarb, kam ihm bei der Unterhauswahl 1892 in seinem mehrheitlich von Arbeitern bewohnten Wahlkreis Newcastle-Pontain zugute. Obwohl sich Morley aufgrund seiner wirtschaftsliberalen Überzeugung gegen die Einführung des Acht-Stunden-Tages aussprach, wurde er dank der Stimmen der irischen Arbeiter wiedergewählt als König Edward VII. 1902 den Order of Merit stiftete, war Morley unter den ersten Persönlichkeiten, denen er den Orden verlieh. Secretary of State for India Im Kabinett von Henry Campbell-Bannermann war Morley Secretary of State for India, d.h. Minister für Indien. Er ernannte erstmals zwei Inder zu Mitgliedern des ihm zugeordneten Council of India. Mit Gopel Krishnago Kale, dem Führer des indischen Nationalkongresses, verhandelte er über die Forderungen der indischen Nationalbewegung und setzte Schritte zur weitergehenden Dezentralisierung der Verwaltung der Kolonie durch. Als Campbell-Bannermann 1908 zurücktrat und Herbert Henry Asquid ihm als Premierminister folgte, bestätigte er Morley als Indienminister. Zusammen mit dem Vizekönig Gilbert Elliot Murray König Mount IV. Earl of Minto, bereitete er den Weg für den Indian Councils Act 1909. Ein Verfassungsgesetz, das die Grundlagen für die Beteiligung von Indern an der Regierung Britisch-Indiens legte, Lord President of the Council. 1908 wurde John Morley mit dem Titel eines Vizkön Morley of Blackburn in den Adelsstand erhoben. Abgesehen von der damit ausgesprochenen Auszeichnung verfolgte Asquid damit einen praktischen Zweck, nämlich Morley von den zeitraubenden Verpflichtungen eines Unterhausabgeordneten zu entlasten. 1910 wurde Morley zum Lord President of the Council mit Kabinettsrang ernannt. 1911 war Morley maßgeblich daran beteiligt, den Parlament Act durch das Oberhaus zu bringen. Mit diesem lange umkämpften Gesetz stimmte das Oberhaus in einem Akt der Selbstentmachtung der Aufhebung seines Vetorechtes gegen Gesetzesvorlagen des Unterhauses zu und bestätigte das Unterhaus damit als den eigentlichen Gesetzgeber. Als Großbritannien am 5. August 1914 Deutschland den Krieg erklärte, trat Morley als Lord President of the Council zurück. Ebenso wie ein zweiter Minister John Elliot Burns. Morley hatte sich im Kabinett stets dagegen gewandt, dass Großbritannien sich mit einem Bündnis an Frankreich bennt und dadurch den französischen Revachismus ermutigte. Die Gründe für seinen Rücktritt legte er in seinem Memorandum on Resignation dar, dass sein Neffe Guy Morley 1928 nach dem Tode seines Onkels veröffentlichte und das Aufsehen erregte. Seinen Lebensabend verbrachte er in seiner Via in Wimbledon. Er war von 1894 bis 1921 trusty des Britisch Museum und bis sechs Monate vor seinem Tode Kanzlei der University of Manchester. Der Titel vis Count Morley of Blackburn erlosch mit seinem Tode, da er keine männlichen Nachkommen hatte. Seine 1870 mit Rose Eiling geschlossene Ehe blieb kinderlos. John Morley als Literat und Biograf. Morley widmete die Jahre, in denen er nicht dem Kabinett angehörte und nur Abgeordneter war, seiner zweiten Leidenschaft, der Biografie. Schon als Journalist hatte er damit begonnen, mit Biografien von Edmund Burke, Wolter, Rousseau, Diderot und Richard Cotton. Die Auswahl der von Morley Porträtierten ist keineswegs zufällig. Einen Lebensweg nachzuzeichnen, war ihm stets ein Anlass, seine eigenen Überzeugungen zu entfalten. Von 1878 bis 1892 gab Morley die beim Macmillan Erscheinende Reihe English Man of Letters heraus. Ebenso deren von 1902 bis 1919 erschienene neue Folge. Sein Meisterwerk ist die 1903 in drei Bänden erschienene Biografie Gladstones. Ein Meilenstein in der Entwicklung der historisch-politischen Biografie. Morley schrieb in einem eleganten Stil. Auch war er ein glänzender Redner. Dies trug ihm U.A. die ehrenvolle Einladung ein, die Romanes Lecture 1909 zu halten. Ein Ausdruck der Anerkennung, die Morley als Historiker genoss war. Dass Andrew Carnegie ihm die bedeutende Bibliothek des 1902 verstorbenen Lord Acton schenkte, die er aus dessen Nachlass gekauft hatte. Morley vermachte sie seinerseits der Universität Cambridge. Im Alter von fast 80 Jahren vollendete Morley 1917 seine in zwei Bänden publizierten Memoiren Recollections. Werke, Biografien Edmund Burke, A Historical Study, Mückmillen, London 1867, Voltaire, Chapman and Hall, London 1871, Rousseau, zwei Bände, Chapman and Hall, London 1873, Diderot and the Encyclopedists, Chapman and Hall, London 1878, The Life of Richard Cotton, zwei Bände, Chapman and M. Hall, London 1881, Walpole, Mückmillen, London 1889, Oliver Cromwell, Mückmillen, London 1900, The Life of William E. W. Gladstone, drei Bände, Mückmillen, London 1903, Sonstige Schriften, Critical Miscellanies, Chapman and Hall, London, in drei Bänden zwischen 1871 und 1886 und L.T. Essays zu Literatur, Tagesereignissen, Politik, Philosophie und Geschichte und G.T. The Struggle for National Education, Chapman and M. Hall, London 1873, On Compromise, Chapman and M. Hall, London 1874, Deutsche Ausgabe, Überzeugungstreue, Karl Rümpler, Hannover 1879, Aphorisms, An Address Delivered Before the Edinburgh Philosophical Institution, Mückmillen, London 1887, Studies in Literature, Mückmillen, London 1891, Literary Essays, Humphreys, London 1906, Notes on Politics and History, Mückmillen, London 1913, Recollections, zwei Bände, Mückmillen, London 1917, Fußnoten, Patrick Jackson, Molly of Blackburn, Fairleigh Dickenson University Press, Madison 2012, der S. 25., Myers' großes Konversationslexikon, 6. Auflage, Band 14, Leipzig 1908, S. 151-152, Kurt Kluxen, Geschichte Englands, von den Anfängen bis zur Gegenwart, Kröner, Stuttgart, 2. Aufl, 1976, ESPN 3, 520-374021, S. 640. Francis Stewart's Leland Lines, Ireland Sins, The Famine, Fontana Press, London, 10. Aufl, 1987, ESPN 0-0-0-6-8-6-0-0-5-2, S. 197-264. David Alan Hamer, John Molly, Liberal Intellectual in Politics, Oxford University Press, Oxford 1968, S. 297. Percy Wilspear, A History of India, B.D., 2. Penguin Books, Harman's Worth, 1973, S. 178. Percy Wilspear, A History of India, B.D., 2. Penguin Books, Harman's Worth, 1973, S. 177. Kurt Kluxen, Geschichte Englands, von den Anfängen bis zur Gegenwart, Kröner, Stuttgart, 2. Aufl, 1976, ESPN 3, 520-374021, S. 682. HTTP, TMH, Fluent, Net Articles, Lord Molly, S. HTML, Patrick Jackson, Molly of Blackburn, Fairly Dickinson University Press, Madison 2012, S. 461. Patrick Jackson, Molly of Blackburn, Fairly Dickinson University Press, Madison 2012, S. 313-348. Patrick Jackson, Molly of Blackburn, Fairly Dickinson University Press, Madison 2012, S. 14.